Ich verlange, dass das zurzeit historisch bedingt ungerecht organisierte Geldsystem in der Schweiz, wo es nur für Noten und Münzen und für Buchgeld gar keine Regeln gibt und das System von Grund auf eher ermuntert wegen Geldgewinn über Leichen zu gehen, statt auf durch Leid entstandenen Profit zu verzichten, vom Bund neu evaluiert wird und der heutigen historischen Situation entsprechend für die Mehrheit der Menschen gerecht neu geregelt wird, um ein nachhaltig funktionierendes und somit ewig prosperierendes Finanzsystem zu kreieren, das nicht dem Zahn der Zeit unterliegen kann, wo nach zig Jahren Wachstum, wie es der Kapitalismus bis heute verlangt, die Schallgrenze des Wachstums erreicht ist und zwangsläufig Mensch und Natur ausgebeutet werden wird. Ich danke dem Verein Monetative für den Begriff Monetative und fordere neben unsere Schweiz konstituierende Legislative, Judikative und Exekutive, eine unabhängige Instanz für das Finanzwesen der Schweiz zu stellen. Die Monetative! Ich fordere, dass Buchgeld historisch zum ersten Mal Regeln unterworfen wird. Und dann hat man hier ein schönes Blümchen, oder? Das ist hier Petition Online! Und dann hat man hier ein so schönes Blümchen, oder? Wir kennen es halt. Und das war der erste Occupy-Tag. Und man hat dann hier das Woten. Hier sieht man, dass es in Nachhaltigkeit heisst. Noch einmal Woten. Hier sieht man, wie ich heisse. Und hier sieht man Nachhaltigkeit. Und das geht ins Bundeshaus. Und hier sieht man, Verein Monetäre Modernisierung ist der offizielle Befürworter der Petition. Hofi. Hofi! Zugefügt an. Kostwo Tag. Und wenn du dich jetzt nicht mehr spielst, da unterschreiben. untertitelung.